Adam Sandler in der Produktion, Kevin James in der Hauptrolle, damit herzlich willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu Home Team. Hier haben wir eine Komödie, klar mit Kevin James und Adam Sandler nicht anders zu erwarten, wobei ich dazu sagen muss, so lustig fand ich den Film nicht. Es gab ein paar, ja ich sag mal lustigere Anspielungen oder Ausritte irgendwo mal so stellenweise, aber eine klassische Komödie ist es in meinen Augen nicht. Wir haben hier so eine klassische Story, Kevin James ist als Footballtrainer in der NFL suspendiert und trainiert jetzt zu Hause in seiner Heimat das Footballteam seines Sohnes. Also geht es hier um Kinderfootball und nicht um die NFL, so wie es der Anfang so vermuten lässt. Und man muss dazu sagen, der Film verläuft so richtig 0815 schablonenmäßig. Wer gerade meine Filmkritik zu Space Jam, der Neuauflage gesehen hat, der bekommt hier so ziemlich genau das gleiche serviert. Es sind die gleichen Schablonen-Schemata, die übereinander passen wie ein Ei das andere. Hier geht es nicht um Basketball, hier geht es jetzt um Football. Die Story ist komplett vorhersehbar, ohne jegliche Spannung und irgendwelche überraschenden Wendungen, wobei ich das Ende wiederum ganz gelungen empfunden habe. Zur technischen Seite sei gesagt, Home Team kommt im 4K-UHD-Stream über Netflix ins Heimkino. Die Bildqualität ist wirklich hervorragend in 21 zu 9. Der Ton ist ja sehr nüchtern, plätschert vor sich hin und fällt tatsächlich so. Die Thrott-Effekte hätte ich an einer Hand aufzählen können. Richtig Räumlichkeit ist es auch nicht, es ist richtig frontlastig, vom Sound abgemischt. Im Fazit bleibt für mich festzuhalten, wir bekommen hier grundsolide 0815, Kinderfootball-Unterhaltung mit 90 Minuten Filmlänge. Die das Durchschnittsniveau nicht verlassen kann, somit ist die Wertung von 3 Sternen angemessen angebracht an dieser Stelle. Ja, man kann den Film gucken, es ist in Ordnung, es ist unterhaltsam, aber es ist nichts, was man nicht irgendwie schon woanders 100 Mal gesehen hat. Und wenn man ihn nicht guckt, verpasst man ehrlich gesagt auch nichts. Etwas enttäuscht bin ich am Ende des Tages von der Kombination Kevin James und Adam Sandler, hätte ich einfach mehr erwartet.